Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Hier ist es ein Kurs von internationalen Kurs. Die Kurs sind jetzt englisch, französisch, deutschisch, italienisch und russischisch. Das ist auch ein Kurs. Prof. Daniel Fonze, in allem. Willkommen bei René Suaché. Hier ist unsere Arbeit, wo wir mit verschiedenen Filmen und Lieder arbeiten, und wo wir verschiedene Akzenten hören können. In unserem Sprachinstitut können wir verschiedene Sprachen lernen, wie japanisch, koreanisch, italienisch, englisch, deutsch, französisch, englisch. Und wir bieten auch die Möglichkeit Spanisch für Ausländer an. Vielen Dank. Guten Abend, willkommen zu der Work Experience. Wir sind sehr glücklich, dass Sie hier haben. Das ist unser Lab in der Languages Department. Hier haben wir 40 Boots available für Sie, wo Sie all sorts of activities that will complement your grammatical skills learned in class. You can work on your listening skills, you can also watch films, und listen to different languages, not you as your teachers. The languages that we teach here are Chinese, Japanese, French, German, Russian, Italian, Spanish for Foreigners, and English, of course. We also have the Top of Rep course. Thank you. Professor Lorena Mendoza, in Italian. Ciao, willkommen a tutti. Welcome to the UAH experience. As you can see, there are 40 posts, in which you can hear the various accents, the various Italian films, you can hear and interact with your teacher. the language, the language that we can do with you, the language, the Spanish, the Chinese, the Japanese, the Chinese, the Russian, Italian, and just welcome you. And thank you. Vielen Dank. Vielen Dank.